hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video von mir ich sehe noch mega verschlafen aus also sorry erstmal für meine hässlichkeit ja ich fahr jetzt gleich nach nürnberg mit dem zug zum geburtstag von jasi denn sie fahrheit jetzt nach hat mich eingeladen unter anderem auch tanja arvin leon noch alles keine ahnung und ja ich muss gleich los hier habe ich schon so einen kleinen koffer geparkt und da ist das geschenk von jasi also ich habe hier so eine tasche für sie und dort habe ich so gut schein drin was habe ich noch so halt so kleine mini artikel drauf steht einfach so ein spruch so ein also deshalb dachte ich das passt ganz gut nur gerade ich komme jetzt nicht mehr rein hilfe ja was habe ich noch also ich habe halt alles eingepackt so was ich brauchen könnte unterhosen socken alles und ja jetzt geht es dann gleich los so leute ich bin jetzt im zug also ich war schon seit einer stunde jetzt noch zwei stunden vor mir und da bin ich auch endlich da ich habe das glück dass hier einfach ich bin ja so ich bin ja so voll allein und ja das ist geil die leute wir laufen hier jetzt gerade immer noch überall ok schneid es nicht raus ich lasse es drinnen ja leute schaut mal er hat ein Autogramm von mir leute lauf mal oh mein gott machen wir gleich leon 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 Was ist das? Was ist los? Scheiße! Ich musste andere Hose anziehen. Meine Hose ist gerissen. So Leute, wir sind jetzt schon drei Stunden oder so hier und haben hier jetzt gerade mit allen Bildern gemacht. Jetzt sind noch so ein paar von euch da. Wollt ihr mal grüßen? Ich grüße Kessa. Ich grüße Eva. Ich grüße Sila und Esma. Die Lara. Ich grüße meine Mutter. Hi. Ich grüße Jeffy. Also ganz viele Grüße. Nein, das ist eine Schnauze! Und alle liebe Grüße. Babys! Babys! Was? Ich bin Gepäckträgerin. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin Gepäckträgerin. Glückwunsch! Dankeschön! 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 Hat irgendjemand von euch irgendwie ein Taschentuch oder irgendwas? Kann ja... Wir gehen jetzt gleich zu Yassi, also sie hat also so eine Wohnung gemietet für uns heute Abend. Und da gehen wir jetzt alle hin. Ich glaube, wir gehen jetzt alle hin. Hi! Pink Fluffy Unicorns dancing Hi! Folgt ihr alle? Sie ist cool. Sie mag auch die Vampire Diaries. Kann ich auch ein Foto machen? Ah, ja klar! Pink Fluffy Unicorns dancing on rain. Wirklich Spaß, das ist ein Video. Abril Abril! Ich hab euch mal reingelegt! Nein! Jassi, wohin gehen wir? Ähm, zum Hotel! Genau! Ja! Yay! Schatz! Voll egal! Jassi, was hast du uns da gekauft? Seid froh, dass es euch überhaupt bezahlt! Wir fahren jetzt mit der U-Bahn. Hey, warum fokussierst du nicht? Hey, du machst auch keine Zunge! So Leute, wir sind jetzt gerade im Auto. Ähm, die anderen kaufen gerade noch... Hey, nein, ich glaub, die hat gar nicht mich gemeint. Mit du dummes Kind. Die hat Ramona gemeint. Wie spät haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt noch eine Runde, 21.11 Uhr. Allein, ich mein's ernst, ich bekam Fein da wirklich die Tränen, als ich dann ein Video geguckt hab mit Lucky. Das Video mit Lucky hat's ja auch gesehen und er ist jetzt auch gemeint. Danke! Hohe! Ja! Oh mein Gott! Und nochmal! Danke! Bitte schön! Leute, wir machen hier gerade einen Zaubertrick. Bei mir hat's wirklich funktioniert. Ja, da ist eine neue Karte. Okay, das ist Marvins Karte. Bei mir hat's halt wirklich funktioniert. Also Marvin musste acht Karten ziehen. Er hat jetzt von den acht einigen... Da ist, du hast doch gedacht, ja. So, jetzt lege ich hier deine drei Karten hin. Und jetzt, hier, haben wir die vier Karten. Und jetzt, pass auf, jetzt nehme ich die hier raus, dreh die um, leg die da rein. Mach Zeit! Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt gar nicht ist. Oho! Digga, nein! Das ist so krank! Ja, nichts von den Karten, oder? Ja! Oh, das ist so heftig! Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich bin ein Markenarsch! Okay, Leute, wir pennen hier jetzt einfach in einem Raum zu viert. Die anderen pennen in dem anderen Raum. Und wir gehen jetzt schlafen. Es ist circa vier Uhr oder so. Und wir müssen morgen um zehn Uhr aufstehen. Wie geil ist das? Freust du dich, Tanja? Was? Freust du dich? Guten Morgen, Leute! Wie ist denn jetzt alle aufgestanden? Ja, hier sitzen die auch alle so. Und wir müssen jetzt dann in einer Stunde oder so auschecken. Und dann gehen wir noch in die Stadt, machen Bilder und sowas. Ja, dann würde ich sagen. Dann schicke ich jetzt ins... Poppenreuer Straße 15. Hier steht Fürth. Wir wollen doch nicht nach Fürth, Leute! Ich dachte immer, es kommt doch nicht. Hier haben wir den Alpha-Camp. Also Leute, ich setze jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich fahre jetzt ca. vier Stunden noch nach Hause. So Leute ich Ich sitze hier jetzt am Bahnhof und muss warten, bis meine Mom mich abholt, denn sie hat ja Verspätung, wie immer und ja, es ist kalt. So Leute ich bin jetzt endlich wieder zu Hause eingekommen, wir haben jetzt gleich 21 Uhr, also schon ziemlich spät, ich gehe jetzt noch kurz duschen, mache meine Hausaufgaben und dann gehe ich auch schon schlafen. Und ja es war auf jeden Fall ein cooles Wochenende muss ich sagen, wir hatten alle mega viel Spaß und nochmal ein großes Dankeschön an alle die dabei waren in Nürnberg, es waren mega viele, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein nettes Kommentar, ich würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video und ja, bis dann Leute.